Die A1-13 verfolgen einen Audi S5 in nördlicher Richtung durch The Rustway. All alle Einheiten, A1-13 verfolgt ein Audi S5. Ziertersohn fährt in nördlicher Richtung durch The Rustway. Zentrale an A1-13, wo sind Sie gerade? In nördlicher Richtung auf dem Dawson Drive. Verfolgung läuft in nördlicher Richtung auf dem Dawson Drive. In nördlicher Richtung auf dem Lakeside Drive. Zielperson fährt in nördlicher Richtung auf dem Lakeside Drive. Zielperson versucht es aus dem Weg zu räumen. An sämtliche Einheiten, wir stellen jetzt Straßensperren auf. Achten Sie auf mögliche Behinderung. Okay. Zielperson ist an der Straßensperre vorbeigefahren. In nördlicher Richtung auf dem Lakeside Drive. Zielperson fährt in nördlicher Richtung auf dem Lakeside Drive. Wir haben die Zielperson gerannt. Die LLM-13, die Barrikaden haben Wirkung gezeigt. Zielperson konnte den Barrikaden nicht ausweichen und wurde verlangsamt. Alles klar verstanden. In nördlicher Richtung auf dem Solidar Drive. Zielperson fährt in nördlicher Richtung auf dem Solidar Drive. Zielperson fährt in nördlicher Richtung auf dem Solidar Drive. Zentrale an alle Einheiten. Achten Sie auf Nagelbände auf der Straße. Fahrzeug ist in die Barrikade gerannt. Wurde ver langsam. Zielperson fährt in nördlicher Richtung auf dem Land. Nein, echt jetzt? Oooo... Das war's für heute. Die Nachmittagshitze ist nichts für Weicheier. Das war's für heute. Das war's für heute. Guten Tag, Mr. Kobashi. Sie sind nicht Holzman. Wo ist er? Ein Notfall in der Familie. Ich bin sein Backup. Na schön. Fahren Sie mich zu dieser Adresse. Und bitte schnell. Wie schnell genau? Wir werden sehen. Ihr erster Besuch in Amerika, Mr. Kobashi? Habe ich Ihnen den Eindruck vermittelt, dass ich mich unterhalten möchte? Ich mache einen Smalltalk, Sir. Genau deshalb brauchen wir selbstfahrende Autos. Kobashi hier. Ich bin unterwegs. Sollen wir den Wagen freigeben? Doch nicht. Er ist im Moment meine Lebensversicherung. Geben Sie Bescheid. Ich melde mich, wenn ich im Safehouse bin. Der Collector wird hier von einer Farm. Sie schweigen hier. Wie erfreulich. Stets zu Diensten. Sie gehören nicht dem Haus an. Das Haus bevorzugt stumpfe, gehorsame Helfer. Für wen arbeiten Sie? Einen Feind des Kollegen? Nicht schlecht, Miss. Weiter so. Sie schweigen hier. Wir sind fast da. Sehr gut. Danke. Wir sind da. Und das Meer ist pünktlich. Ja, ich bin da. Sagen Sie dem Haus, es kann das Paket ins Lager bringen. Ich bin da. Wir sind da. Ich bin da. Wir sind da. Grüßen Sie Ihren wahren Auftraggeber von mir. Ich werde Sie bald treffen. Sehen wir uns doch mal dieses Lager an. Ich habe den VIP abgesetzt. Ich soll dich von ihm grüßen. Was soll das heißen? Er weiß, dass ich gegen das Haus arbeite. Ich werde wohl auffliegen. Verdammt. Dann war das dein letzter Job für das Haus. Was hast du erfahren? Über den zweiten Wagen? Sie bringen ihn in ein Lager. Das interessiert mich nicht. Mich aber. Ich fahre gerade dorthin. Tu das nicht. Noch steht meine Tarnung. Ich werde rausfinden, wohin dieser Wagen gebracht wird. Lass es sein, Miller. Das ist ein Befehl. Tja, ich stehe nicht... Tja, ich verbetze! Ich verteu uns mit Ihren H conjunto. Har väldigtает Jäusehlefe, Wer bist du? Kobashi hat dir Erlaubnis gegeben, den Wagen ins Lager zu bringen. Was? Der Kollektor will ihn am Fortune Valley Day im Rift VIP Terminal ausstellen. Er... ja... aber... ganz sicher? Probleme? Also, wie war das mit dem Lager? Verdammt! Diese Arschlöcher haben die Koks auf mich gehetzt. Die LM135, wir verfolgen einen Audi F5. In nördliche Richtung durch Boomwürg. An alle Einheiten, LM135 verfolgt ein Audi S5. Zielpersonen fährt in nördliche Richtung durch Boomwürg. Sie haben die Zielpersonen gehörnt. Ich lege das Fahrzeug jetzt... Er fährt nach Westen, nähert sich The Burial. Bestätiges flüchtiges Fahrzeug ist unterwegs Richtung Westen und nähert sich The Burial. Da ist ein Ramm-Manöver ein. Oh, Max hat doch! In nördliche Richtung auf der Carlson Street. In Ordnung. Reisen die Kills vorutreiben. In nördliche Richtung auf der Carlson Street. Verstärkt in Nördmein 35. Kobashi hat mich aufflegen lassen. Jetzt habe ich die Koks am Hals. Dann stört es sich nicht, wenn meine Kroos klappen. 4A16, unser Warn ist beschädigt. Brechen die Verfolgung auf. Bestätige. Hey, entspann dich mal! Adam 1.13, wie lautet Ihre aktuelle Position? In nördliche Richtung durch Silverrock. Hier, Lenken 1.30, habe Kontakt zum Tieferzeug verloren. Gebe Verfolgung auf. Zielpersonen fährt in nördliche Richtung auf der I-18. Zielpersonen fährt in nördliche Richtung auf der I-18. Viel Spaß bei der Reparatur. Ja, 35. Für uns ist die Verfolgung gelaufen. Unser Wagen ist hinüber. Okay, verstanden. In nördliche Richtung auf der I-18. Zielpersonen fährt in nördliche Richtung auf der I-18. Wir haben in meinem kleinen Rempler verpasst. Zentrale, wir haben das Zielfahrzeug gerammt. EL-30, bin zu weit zurück. Gebe die Verfolgung auf. Wir senden jetzt den Killfridge. Zentrale Zielpersonen hat sich zu weit entlang. Gebe die Verfolgung auf. Zentrale, unser Wagen wurde schnell beschädigt. Wir geben die Verfolgung auf. Verstanden. Hier, Adam 13. Versuch ihn zu rammen. Wer habt ihr nicht drauf? Zielpersonen hält an. Wir sind weg. Zentrale, hier, Adam 6. Für uns ist die Verfolgung beendet. Alles klar, verstanden. Zentrale, Zielfahrzeug hat uns gerade jetzt nicht gerammt. Okay, verstanden. An alle Einheiten. Die Zielperson versucht, unsere Wagen auszuschalten. Zentrale, Adam 35 ist aus dem Spiel. Melden uns als Primär. Einheit ab. Alter, werde ich jetzt tot oder lebendig gesucht? Zentrale an Adam 1-13. Wo sind Sie gerade? In östlicher Richtung durch Silver Canyon. Bestätige Adam 1-13. EL-30, gebe Verfolgung auf. Mein Wagen ist zu stark beschädigt. In Ordnung. Zielfahrzeug hatte gerade eine Kollision. Zentrale Versuch mit einem Kehrflug. Zentrale, der KS-Versinnig genügend Reichweite. Was soll der Blödsinn? Ich werde mal versuchen, ihn zu rammen. Das wird nie langweilig. An ihn. Adam 35, unser Wagen ist abgeraucht. Brechen die Verfolgung ab. Bestätige Adam 1-13. Ist die Zielperson in Gewahrsang? Negativ. Die Zielperson konnte entkommen. Adam 1-35. Wie lautet Ihre aktuelle Position? In öflicher Richtung durch Silver Canyon. Bestanden. Besser versucht er es überhaupt? Besser versucht er es überhaupt? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017